Die Ikonen sind zurück und wie. Das ist die aufregende sechste Generation des Hochleistungs-BMW M3. Und das ist sein Bruder mit anderer Karosserie, aber genauso überschäumend vor Adrenalin. Das neue BMW M4 Coupé. In ihrer mittlerweile sechsten Generation unterstreichen die Ikonen von BMW M ihre unangefochtene Performance mit einem auffallenden neuen Design. Der M3 zeigt das gleiche aggressive Gesicht wie der M4. Die aufrechte und erstmals rahmenlose Niere und die großen Lufteinlässe in M-typischer Form senden ein klares Statement. Technischer Purismus, Höchstleistung und keine Kompromisse. Grelle, mutige Farben wie dieses Isle of Man Grün oder dieses Sao Paulo Gelb sind exklusiv für den M3 und M4 und runden ihre markanten Persönlichkeiten ab. Die großen Rathäuser an Front und Heck steigern nicht nur die Straßenpräsenz massiv. Sie sind nötig, um die neuen exklusiven Räder unterzubringen. Diese sind breiter, in Größen bis 20 Zoll und in verschiedenen Farben erhältlich. Sogar die Festbremssättel sind in verschiedenen Farben erhältlich. Die Form folgt der Funktion oder eher die Schönheit folgt der Höchstleistung, wenn man die Seitenansicht betrachtet. Außenspiegel und Lufteinlässe im M-Design, serienmäßiges Carbondach und Seitenschweller, die sich an der ganzen Fahrzeugseite entlangziehen und es sowohl optisch als auch physikalisch nach unten ziehen. Rennstreckenreife Aerodynamik wird am Heck von einem Spoiler und einem großen Diffusor abgerundet. Die sind zusammen mit den Außenspiegeln als Carbon-Exterieurpaket erhältlich. Und darunter endet die serienmäßige Sportabgasanlage in den so vertrauten, die beeindruckenden vier Endrohren, die natürlich auch für eine angemessen bombastische Geräuschkulisse sorgen. Die wohlbekannte Fahrerorientierung im Cockpit des neuen BMW M3 und M4 ist das eine. Aber der komplett neu entwickelte M-Carbon-Schalensitz erfindet leistungsorientierte Ergonomie in Verbindung mit Leichtbau praktisch neu. Die Volllederpolsterung in Yasmarina Blau und Schwarz ist eine weitere BMW M3 M4 Premiere. Ihre Individualität muss nicht am Exterieur enden. Sie können auch das Interieur mit umwerfenden Farben oder mit optionalem Carbon ausstatten. Am M-spezifischen Lenkrad und den Schaltwippen und auf einer Reihe anderer Oberflächen. Hier der neu designte M-spezifische Gangwahlhebel und all die anderen M-Design-Details. Die beiden Klassenbesten dominieren auch weiterhin in zwei Inkarnationen, die beide vom Start weg erhältlich sind. Entweder als BMW M3 und M4, mit denen der Purist in ihnen sich voll und ganz einbringen kann. In 480 PS ungezähmter, am Heck angetriebener und handgeschalteter Performance aus dem neu entwickelten mächtigen Sechszylinder-Motor. Oder als M3 und M4 Competition, in denen ein blitzschnelles 8-Gang M-Steptronic Automatikgetriebe 510 PS auf die Hinterräder schickt. Und in Zukunft können sie auch nach einem BMW M3 und einem M4 Competition Ausschau halten, die dank M-X-Drive maximale Traktion auf alle vier Räder bringen. Das M-spezifische Fahrwerk ist exklusiv für den M3 und M4. Ihre breite Spur sorgt nicht nur für einen eindrucksvollen Stand, sondern auch für maximale Fahrdynamik. 6-Kolben-Festsattelbremsen, serienmäßig als M-Compound-Bremsen oder als optionale M-Carbon-Keramik-Bremsen halten dieses Momentum in Schach. Und dank penibel abgestimmter Regelsysteme können sie mit diesem Antrieb sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke an die physikalischen Grenzen gehen. Mit dem M-Setup-Mini haben Sie volle Kontrolle über die Fahreigenschaften, da Sie die relevanten Komponenten individuell abstimmen können. Und wenn Sie sie benötigen, sind alle cleveren und komfortablen BMW-Fahrassistenzsysteme für Sie da. Wenn Sie mit der M-Mode-Taste zum Fahrmodus Sport wechseln, bringen Ihnen die fokussierte M-Ansicht im Cockpit und reduzierte Fahrassistenzsysteme das Rennstreckengefühl noch näher. Sie können aber auch ein richtiges Rennstrecken-Erlebnis haben, mit einer ultimativ sportlichen Abstimmung ohne Fahrassistenzsysteme und ohne Ablenkungen. Im Fahrmodus Track des optionalen M-Drive Professional. Sind Sie bereit, Ihren BMW M3 oder M4 auf die Probe zu stellen? M-Drive Professional beinhaltet sogar einen Drift-Analyser, mit dem Sie Ihre Drifts und Donuts aufzeichnen und analysieren können. Genial! Laden Sie Ihre Begeisterung über die Schönheit und Performance des neuen BMW M3 und M4 noch weiter auf mit BMW M Performance Parts. Die M Performance Karosserie-Teile für die Front sind mehr als nur Kriegsbemalung auf einem ohnehin schon respekt einflößenden Gesicht. Die Carbon-Bauweise des Frontsplitter mit Anbauteilen und der Aeroflix an der Seite spart natürlich auch Gewicht und verbessert die Aerodynamik um den entscheidenden Bruchteil. Und genau so geht es weiter. Carbon-Anbauteile sind für die Seitenschweller und diese hinteren Flügel erhältlich. Die Air-Breather aus Carbon kompletieren die Seitenansicht und der gewaltige M Performance Carbon-Hack-Spoiler rundet das Heck ab. Den unteren Abschluss bildet sowohl optisch als auch aerodynamisch der M Performance Diffusor mit der spezifischen Titan-Abgasanlage. Sie hat vier keramikummantelte Titan-Endrohre in dieser abgefahrenen neuen Anordnung und natürlich einen triumphalen Sound. Und darüber hinaus ist sie etwa sieben Kilo leichter als die Serien-Abgasanlage. Fahren und Rennfahren mit Stil. Mit den 20 Zoll oder 21 Zoll Kreuzspeicher 1000 M Performance Schmiederädern in Gold-Bronze, auch erhältlich in Mattschwarz. Das M Performance Fahrwerk macht es sogar möglich, tiefer gelegt zu fahren, dank um 20 mm verstellbarem Gewinde. Und nicht zuletzt liegt aufregendes Motorsportdesign und Technologie in ihrer Hand und umgibt sie im Interieur des BMW M3 und M4. Mit dem neuen M Performance Carbon-Lenkrad in seiner charakteristischen Form mit Carbon-Schaltwippen und Alcantara-Griff. Mit der erweiterten Carbon-Innen-Ausstattung, Alcantara-Knie-Pads und mit den M Performance-Einstiegsleisten in Carbon. Natürlich ist das breite M Performance-Parts-Angebot sowohl für den BMW M3 und M4 als auch für ihre Competition-Modelle erhältlich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.